Roger Cormans, Mutant, das Grauen im All. Mike Colby, Spezialagent der Galaktischen Föderation, wird zu einem Sondereinsatz in einer biochemischen Forschungsstation auf einem lebensfeindlichen Planeten am Rande unserer Milchstraße befohlen. Den hier tätigen Wissenschaftlern ist die Aufzucht eines genetischen Mutanten gelungen, der ihrer Kontrolle zu entgleiten droht. Er teilt sich. Er wächst sehr schnell. Das Labor ist streng geheim und wir haben unbeschränkte Mittel zur Verfügung. Ein Traum für jeden Wissenschaftler. Es ist ein Traum, der zum Albtraum wird. Woraus besteht die Züchtung? Proto B und was noch? Stellen Sie keine Fragen, Colby. Fangen Sie lieber das Biest. Fangen Sie es doch. Ich werde da nicht mehr reingehen. Wir sollten versuchen, uns mit ihm zu verständigen. Es klingt abwegig, aber es ist die einzige Möglichkeit. Bei der geringsten Bewegung schießt ihr sofort. Mutant. Das Grauen im All. Wir wollen Kontakt aufnehmen. Verstehst du uns? In den eisigen Tiefen des Weltalls wächst ein furchtbares Wesen heran. Wann wird es die Erde erreichen? Mutant. Das Grauen im All. Das Grauen im All.